Ich bin Malte Weidner und arbeite bei Oppenländer im Energierecht und Litigation. Wir wünschen uns Kollegen, die abseits der Großkanzlei spannende Mandate für bedeutende Mandanten bearbeiten wollen, die sich für die Kanzlei engagieren wollen und die als Rechtsanwalt weiterkommen möchten. Nach außen treten wir bei Oppenländer alle als Partner auf. Wir unterscheiden nach außen nicht zwischen Partnern, assoziierten Partnern oder Associates. Intern sagen diese Titel nur etwas darüber aus, wie sehr sie schon bei den unternehmerischen Entscheidungen mit einbezogen werden. Erst später werden sie nach und nach auch an die anderen Fragen des Unternehmens Oppenländer herangeführt und fangen an mit zu entscheiden. So werden sie Schritt für Schritt an die Partnerschaft herangeführt. Wir sind ein sympathischer Haufen. Kommen Sie zu uns und überzeugen Sie sich selbst.